Nele, wir müssen raus. Wir müssen raus? Nele sah auf. Ja, ich habe auch schon eine Idee. Das heißt, eigentlich habe ich das schon fixiert. Schon fixiert? Das war der alte Björn. Ständig hatte er etwas fixiert. Ich finde, wir brauchen einen neuen Anfang. Irgendetwas, womit wir gemeinsam starten können. So, sagte sie vorsichtig. Denkst du an einen gemeinsamen Ritt auf einem Kamel oder sowas? Sie hatte es lustig gemeint, aber er nickte ernst. So etwas in der Art. Nur, dass ich uns kein Kamel bestellt habe, sondern einen Ford Mustang von 1965. Und das Ganze als Hochzeitsreise durch Florida. Mit Ziel Key West und unterwegs Daytona, weil man dort auf dem Strand fahren kann und alles den Geist der Autorennen atmet. Seit wann begeisterst du dich für Autos? Seitdem ich keines mehr habe, er lachte. Vielleicht kaufe ich mir einen Oldtimer? Da unten gibt es fantastische Angebote. Oldtimer in Hülle und Fülle. Du verstehst doch überhaupt nichts von Autos. Du weißt doch nicht mal, wo die Batterie ist. Er hob vorwurfsvoll die Braun. Nele, nur weil ich es nicht weiß. Heißt ja noch lange nicht, dass ich mich nicht dafür interessieren würde.